Wir sprechen heute über dieses Thema, was Augustinus in Nordafrika einige Jahrhunderten nach der Geburt von Jesus Christus angefangen hat. Pastor Robinson auf den Mayflower, das Schiff, was aus Leiden der Niederlande via Plymouth nach Neue Welt gegangen ist, 16, 16, 20 hat die Bemerkung gemacht, dass Kaufmann und Luther kostbare Leuchte in ihrem Tag waren. Aber, und eine Zitat, und diese Erklärung ist wahr. Biblische Offenbarung ist progressiv. Sogenannten historischen Positionen sind nicht nur teilweise inkorrekt, aber auch falsch im Laufe der Zeit bewiesen. Pastor Robinson, ein separatistischer Baptist, hat diese Wahrheit gut verstanden. Manche von diesen sogenannten historischen Positionen, die von Lutheranern und Katholikern und auch ab und zu von Presbyterianern oder Baptisten genommen werden, können im Laufe der Zeit bewiesen werden, einfach Versammlungen zu sein von nicht-biblischen Meinungen, die zusammen bedacht sind durch eine Elitegruppe von Nikolaiten, die dachten, dass sie das Leib Christi regieren können und diktieren können, was ein wahrer Christ, wie sie selber, wirklich glauben sollte. Ihre Idee war, dass das Leib von Jesus Christus unterordnet werden soll an einer Gruppe von Philosophische Theologen, die niemals auf der Straße gepredigt haben und keine Seelengewinne waren. Und das ist ungefähr die Zusammenfassung von diesen geschichtlichen, historischen Konzilien von Nicea, Trent, Epheser, Kartar, Hochhaus, Don Milete und so weiter. Moderne Beispiele davon sind das Weltkongress von Fundamentalismus und die Baptistengemeinschaft oder die Ökumenische oder die Weltrat von Kirche. Biblische Offenbarungen im Niederländischen, in der Stadterbibel, im Deutschen, in der Lutherbibel oder im Englischen, in der King James Bibel, sind so weit entfernt von diesen historischen Positionen, die von Laodiceanzen Christen aufgenommen werden, dass sie meistens nicht verstehen können, oder wir können, was die heilige Schrift in Deutsch zu sagen hat. Nun, ich bin erzogen worden in Niederlande in eine reformierte Kirche, eine Trennung von der niederlandischen Kirche, reformierten Kirche unter Abraham Kuyper im Ende 19. Jahrhundert. Das heißt dann geheißen, reformierte, synodale Kirche. Und das, ich habe Pastoren gehabt, mit ihnen gesprochen, das heißt Katechismusunterricht bekommen für fünf Jahre, vom 14. bis 19. Jahrhundert von amillenialen Leuten, die Baby besprengt haben, die fünf Punkt Presbyterianen sich auf Niste waren. Und was sie gelehrt haben, was ich lesen musste, war das Material von Augustus, Augustinus, Cowim, Kuyper, Bergkopf, Machen, Wilson, Warfield. Und dann wurden Fragen gestellt, wie folgende. Können Sie mir bitte sagen, was passiert, wenn ein unwiderstehliche Kraft ein unbewegbares Objekt trifft? Na, das war eine Frage. Nun, du kannst, ich habe folgende bedacht, wenn ein unwiderstehliche Kraft nicht widerstehen werden kann, ein nicht bewegbares Objekt trifft, das nicht bewegt werden kann, nach der Definition, dann soll diese unwiderstehliche Kraft deflektiert werden, ohne zu stoppen, und das unbewegbare Objekt soll zerstört werden, ohne dass es sich bewegt. Das heißt, wenn du die Wörter nimmst, wie ein Grimm sie definiert, und die digitale Grimm kann man sagen, und die Lösung geben, die nach normaler Vernunft möglich ist, kann man sagen, die Lösung bedeutet, dass Gott deflektiert wird von seinem ursprünglichen Ziel, um seine Sünde zu retten. Aber Gott kann nicht deflektiert werden von etwas, was er vorgenommen hatte, oder möchte, dass es passieren sollte. Das heißt, nicht in dem philosophischen System von Augustin ist. Niemand könnte möglicherweise Gottes Wille frustrieren. Das ist was, Augustinisch oder Kalf im Glauben. Das heißt, die meisten von diesen Leuten leben sündlose Leben, weil es ist Gott, nicht sie selber, die die Wille in ihnen ausarbeitet, weil er wollte ihre Rettung. Und das nehmen sie dann aus Philippa 2, Vers 13. Philippa 2, Vers 13 sagt, Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott will das, nachdem er ihre Rettung will. Römer 9, Vers 16. Es ist, wie die Leute denken. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Sie können Gott nicht frustrieren, nicht mal wenn sie sündigen. Sie sind 100% unverantwortungslos, kann man sagen. Lesen wir das mal nach, was Jesus Christus betrifft, in Matthäus, Kapitel 23, Vers 37. Na, ist noch ein Problem. Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Kühlsteine unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Sie wollten nicht. Das heißt, Augustinus denkt dann, ja, Christus hat nicht wirklich gewollt, dass Jerusalem errettet werde. Aber wenn er wirklich gewollt hätte, dann sollten sie sein Ziel frustriert haben. Und sein Ziel war unwiderstehlich. Doch er sagt in Vers 37, ihr habt nicht gewollt. Das konnte nicht besiegen, ich wollte. Na, ich sage dann, Gottes Willen wurde defektiert und ihre Position wurde zerstört. 70 nach Christus kam Generatitus und Gott sandte ihn, um diese Stadt Jerusalem zu zerstören. Das heißt, wenn du diese unwiderstehliche Gnade, die antichristliche Sicht, aufnimmst, musst du zur Augustinus Schlussfolgerung kommen. Jede Person auf Erde, die gestorben ist und in die Hülle gegangen ist, hat das getan, weil Gott hat das bewusst gewollt, es vorbestimmt und das ausgeführt. So, dass sein Sohn nicht einen Tropf von Blut vergossen hatte, für jeden, der vorbestimmt war, in die Hülle zu gehen. Das heißt, eine beschränkte Versöhnung. Das ist ein Wahnsinn, wenn man Christ so denkt. Du kannst auch sicher Orte finden, wo ein Augustinus widerspricht, was ich hier gerade erwähnt habe. Das sieht man oft passieren. Spurgeon tut es auch einige Male in seiner Schatzkammer von David, wo er die prämilleniale, amilleniale und postmilleniale Position aufnimmt, abhängig, was am Publikum ist oder was er gerne reden möchte. Das sind Leute, die Männer gefallen möchten. Sie sagen, ah, er dachte, so ist es die Lutherbibel, aber so ist es die Elbefeldebibel und so weiter. Es ist aber nicht eine Überzeugung, was recht ist. Zu suchen Vorteile der anderen, wenn man versucht, Menschen zu gefallen. Wir lesen zum Beispiel, bezüglich dieses Thema, in Judas 16 das folgende. Judas 16 Diese Murmen und Klagen immer da, die nach ihren Lüften wandern, und ihr Mund redet stolze Worte und achtet das Ansehen der Person um Nutzenswille. Sie achten das Ansehen der Person um Nutzenswille. Was ist ihr Vorteil darin? Nehmen wir zum Beispiel Spurgeon auf Psalm 87. Er sagt folgendes Zitat. Ich hoffe, dass es unseren Glücklichen los sein wird, um unter Gottes Auserwählte gezählt zu werden. Lassen wir dann beten für die Adoption und Wiedergeburt, welche uns am Platz versichern möchte, unter die himmlische Geborene. Na, das zeigt hier, nach den eigenen Worten von Charles Spurgeon, also nicht nach meinen Worten, aber nach seinen eigenen Worten, dass er ein verlorener Sünder ist, die versuchte, Außerwählt zu werden, nachdem er schon mehr als 30 Jahre gepredigt hat. Schaut zurück und lies es. Entschuldige nicht mich von ihrer Lehre. Er wusste nicht mal, ob er selber adoptiert oder von neuem Geboren wurde. Na, diesen Narr glaubst. Ich brauche nicht zu beten, um adoptiert zu werden oder auf neuem Geboren zu werden, nach Epheser 1, Vers 5 und Titus 3, Vers 5. Ebenso, dass ich nie mehr brauche zu beten, dass mein Name geschrieben wird im Buch des Lebens des Lammes, nach Philippe 4, Vers 13. Schaut es mal als uns und unser an. Diese Leute, und ich habe sie nochmals oft gesehen in die reformierte Kirche Niederlande, ich habe mit ihnen gesprochen, und sie bekennen dann Folgendes, ich bin auserwählt in ihm, bevor die Gründung der Welt, und Gott hat ihn mit unwiderstehlicher Gnade übermannt, besiegt und von neuem Geboren lasse, ohne seine Zustimmung. Aber die Leute können nicht erzählen, wann sie sich zu den Herren bekehrt haben oder was stattgefunden hat, nachdem sie bekehrt waren zu Herrn Jesus Christus. Philipp Schaaf, der abfällige Schweizer aus Ruhr, die Hauptwahr von das abfällige American Standard Version Komitee 1901, sagt, dass Galvin immer ein Christ gewesen war, seit er geboren war. Wurde später bekehrt zur evangelischen Glaube. Typisch Mangel an Kenntnis von Philipp Schaaf, natürlich die neuen Geburt. Ich bin von neuem Geboren wurde, in 1987, nahe 30 Jahren her, in Groningen, Niederlande. Ich, nicht du, nicht wir, ich. Und ich wurde angenommen, Vers 1, Vers 5, und vorbestimmt, um adoptiert zu werden, Vers 1, Vers 5. Moment, dass ich Jesus Christus aufgenommen habe, Johannes 1, Vers 12. Wir gehen so weit. Bezüglich unser Thema mit Vorbestimmung. Und meine Erfahrung ist, in mehr als 20 Jahren in der reformierten Kirche gewesen, Niederlandische reformierte Kirche, muss ich dabei sagen, dass mein Pastor, die auch oft, einiger war Professor oder Lehrer, hat uns gesagt, dass wir nicht einem Sünder die Frage stellen sollen, wann er errettet wurde. Weil wenn er verloren war, konnte er sowieso nicht sagen, und einer der Außerwählte war, dann wurde er schon errettet, bevor 1. Mose 1, bedingungslose Außerwählung. Das war der Punkt von Tulip. Die gleiche Person hat uns gesagt, dass in der Ewigkeit, bevor 1. Mose 1, es die Tage waren, wo jemanden geboren werden konnte. Von Gott. Weil Christus wurde von Gott geboren, auf diesen Tag, Psalm 2, Vers 7. Und das war in der Ewigkeit, bevor 1. Mose 1. Denkst du, dass Jesus Christus wusste, was für ein Tag dieser Tag war? In der reformierte Kirche wurde mir gesagt, dass der richtige Stuhl Jesu Christi, erwähnt in Römer 14, Vers 10, und das jüngste Gericht, noch von 22, das gleiche Gericht war. Und dann eben auch, dass das Gericht über die Völker, in Matthäus 25, wenn ich auch das gleiche Gericht war. Und alle haben die Neue Bibel empfohlen. MBG, also die Niederlandische Neue Bibel, Gesellschaft Bibel 1951, alle gerührt auf dem Vatikanus-Text. Viele lehren auch, dass Lukas 16 ein Gleichnis ist, wo Jesus Christus niemals sagt, dass Lukas 16 ein Gleichnis ist. Und im Glaubensbekenntnis von der Niederlandische Reformierte Kirche, wo ich aufgewachsen bin, wurde geboren in einer Deutsch-Luther-Kirche in Athene. Und da sagen beide Kirchen, die Luther- und die kophonistische Kirche, dass Kapitel 2 von Apostelgeschichte, Vers 38, das Mittel ist für die neue Geburt. Neben Johannes 3, Vers 5. Lass uns das mal anschauen, weil es kann gut sein, dass du nicht weißt, was Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt. Petrus sagt da, du buchst und lasst dich an jährlich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, für Juden in diesem Übergangsbuch, die mussten sich buchst tun von was? Von Vers 36, das Kreuzigen von ihrem Messias, Jesus von Nazareth. Zweitens, sie müssen sich taufen, das ist ein zweites Werk, was man tun muss. Und dann bekam man den Gabe des Heiligen Geistes. Also in diesem Evangelium die Gnade Gottes, das Paulus predigt, wenn er später zum Glaube kommt, wenn er noch Verbarung von Jesus Christus persönlich bekommt bezüglich dieses Evangelium. Damit verbunden, wird immer erwähnt, Johannes Kapitel 3, Vers 5. Jesus antwortete wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wichtiger Punkt hier, aber was tun die meisten dann, die sagen ja, ja, Wasser ist ein Hinweis zu buchstäbliches Wasser, aber das sagt nicht die Schrift. Wenn du Vers 6 lest, wird Wasser definiert. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Das erste Geburt, Wassergeburt aus dem Fruchtwasser. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist, das ist das zweite Geburt. Dadurch kommt man in das Reich Gottes. Nichts schwierig ist daran. Nun, Problem ist, wie kommt ein Holländer erzogen, getauft, besprengt, entschuldigen, in der deutschen Lutherkirche, erzogen in der niederländisch reformierten Kirche mit einer neuen Bibelübersetzung zum Punkt, dass er sagt, ich bin ein Straßenprediger, ein Sehnegewinner geworden und ich glaube, die Statenbibel von vorne bis hinten oder die deutsche Bibel als menschliche Autorität. Gegen das, was die Kirche ihm gelehrt hat. Weil jemand war bei ihm diese Jahre, die ihm in die Wahrheit geführt hat, der Herr Jesus Christus. Gegen das, was die Religion ihm versucht hat, beizubringen. Ich bin deswegen nur ein Punkt, Tulip-Gläubiger, nämlich in die Beharrung oder die Bewahrung der Heiligen. Warum? Weil wenn man sich bekehrt und den lebendigen Gott durch Glauben in Jesus Christus, dann bist du vorbestimmt, um für ewig ähnlich zu werden an seinem Bild. Das ist, wenn du freiwillig Jesus Christus aus seinem persönlichen Heiland aufgenommen hast. Johannes 1, Vers 12 und Vers 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen hat er Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, kein neues Gebot, eine unmittelstätige Kraft, kommt auf ein toter Mensch, nach Epheser 2, Vers 1 bis Vers 5, wir werden toten, übertretungen und Sünden, bis dieser tote Mensch etwas tut. Du sagst, was muss dieser tote Mensch dann tun? Nun, schau mal, was Gott sagt in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wenn ein toter Mensch, geistig tote Mensch, zur Verantwortung gerufen wird, er kann fürs Ablehnen von Jesus Christus, und die Tausenden tun das jeden Tag, dann kann er verantwortlich gehalten werden, um auch Jesus Christus aufzunehmen. Gottes Wille heißt nicht, dass jeder automatisch ein Außerwählter regeneriert. Er kam zu den Seinen. Und die Seinen sind die Kinder vom Reich, Matthäus 8, Vers 12. Und die Seine, Hebräer 10, Vers 30, enden in die Hölle, Matthäus 8, Vers 29. Der reiche Mann in der Hölle sagt, Vater Abraham, und Vater Abraham an wurde Sohn, Lukas 16, Vers 25. Ein Außerwählter, meines 8, Vers 39, Sohn von Abraham in der Hölle. Man gibt hier ein Traktat von Augustinus, oder was es vier kaufen zu uns gekommen ist, und das heißt, besüglich die ewige Vorbestimmung Gottes. und vermeidet die einzigen zwei Kapitel in der Schrift, wo das Wort erwähnt wird, in der Wiese 1, Römer 8, Vers 1, Vers 5 und Vers 11 und Römer 8, Vers 29. Dann sieht man, dass das Wort dort gebraucht wird. Aber Johannes ersetzt für diese Adoption und konformiert nach seinem Bild die tägliche Schritte und tägliche Gedanken von allen Menschen, inklusive ihrer Ablehnung von Jesus Christus. Das stimmt nicht. Er sagt, Zitat, es gibt nicht mehr eine effektivere Methode, um Glauben aufzubauen, damit wir unsere offenen Ohren aufgeben an die Auserwähnung Gottes. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Weißt du, was Gott sagt? Vielleicht willst du das wissen. Kommen wir nach Judas 20. Judas 20. Und da lesen wir, Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben durch den Heiligen Geist und betet. Den allerheiligsten Glauben. Das wird da erwähnt. durch den Heiligen Geist. Das wird aufgebaut durch das Wort seiner Gnaden. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Petrus hat gesagt, er wird aufgebaut durch Stahlzunehmen an die reine, saubere Milch des Wortes. die Auserwähnung wurde nicht mal bezogen im Aufbau des Glaubens in ihrem Testament. Und das ist, was Spurgeon auch tut. Er sagt oft unser. Nein, du sprichst das Predigt gegen ihr, gegen du. Wenn man eine Lüge versucht zu verkaufen, ist alle nachahmen wir, unser, uns. Das ist die Standardlinie von diesem Alexandriemische kult. Das ist auch in viele andere Autoren. Metzger, Alland in Textschrift Hortges, Ankerberg, White, Berkhoff, Kuiper. Augustinus sagt das, für die Kuiperin, wir sind ebenso viel verordnet zum Glauben in Christus bevor die Gründung der Welt, als dass wir auswählt sind zu einem Erbe des Lebens in Christus. Schrift? Keine Schrift. Und das ist tragisch, dass biblische Analphabete wie ein Warfield, ein Alland, ein Erbennestler, ein Tischendorf, ein Lachmann, ein André Gelles, ein Metzger, nehmen alle möglichen Dinge an, wie Augustin Schukauven das hingetan, aber ohne biblische Begründung. Niemand in der Gemeindezeit erbt Leben in Christus. Deine himmlische Erbe ist in Neuen Jerusalem. Du sagst, wo ist das geschrieben? 1. Petrus 1, Vers 4. Schrift mit Schrift, solle Skriptur, wie Luther schon sagte. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweglichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Aber es gibt auch ein Erbe ins tausendjährige Reich, das du verdienen kannst durch Werke. sind sie bei den Brief von Paulus. Kommen wir nach dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 24. Und wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem Herrn Christo. Und die wird nochmals erwähnt in einem Gleichnis gefunden, in Lukas Kapitel 19, Vers 17. Und er sprach zu ihm, Ei, du frommer Knecht, weil du bist im geringsten treu gewesen, so oft du Macht habe über zehn Städte. Zum Erbe, die man verdienen kann in die Gemeindezeit durch Werke, nachdem man erredet ist, durch Gnade alleine und Glaub alleine an das Werk und Opfer Jesu Christi auf Kolkata. Was Johannes getan hat, war einfach Hebräer 1, 14 nehmen, was ein Hinweis ist zu Leuten in der Zukunft, die erredet geboren werden nach Offenbar 21, das finde statt, eine neue Himmel und neue Erde. Das Wort Glaube findet in der Bibel und nicht einmal hat Gott jemand Glaube vorbestimmt. Man könnte vielleicht sagen, etwas in diese Richtung wird wird erwähnt in Apostelgeschichte Kapitel 13 Vers 48 und da lesen wir Da es aber die Heiden hörten, wurden sie froh und preiseten das Wort des Herrn und wurden gläubig, wie viel ihrer zum ewigen Leben verordnet waren, sondern verordnet zum ewigen Leben. Jede Heiden in Apostelgeschichte 13 Vers 48 wurde verordnet zum ewigen Leben, weil die Verordnung wurde gegründet auf Römer 2 Vers 7 und Römer 2 Vers 7 ist ein Hinweis zu Heiden die Werken tun, nämlich Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Und was passiert dann? Diejenigen, die souveräne Gnade bevorstehen, zitieren oder wiederholen oft Römer Kapitel 11 Vers 6 und Römer Kapitel 11 Vers 6 sagt Ist aber aus Gnaden so ist es nicht aus Verdienst der Werke sondern würde Gnade nicht Gnade sein ist es aber aus Verdienst der Werke so ist die Gnade nicht sommer wäre Verdienst nicht Verdienst Ein ganzes Kapitel im Neuen Testament zeigt wie Heiden die ihr gewissen nachfolgenden Römer 2 bevor Golgotha fordert waren zum eben gelebenen Römer 2 Vers 7 auf diesen Grund Augustinus Kauf aber ist nicht verstanden Kapitel Apostelgeschichte Kapitel 10 13 20 und Römer 2 deswegen bin ich kein Nachfolger von das System von Augustinus ich glaube das Buch ich bin ein Bibel Gläub kein Philosoph die versucht was zu raten immer was drei Viertel davon weil er war ein Arm der Nialist diesen Johannes auskennt er hat es vorgelegt gesagt wenn diese Aussagen Gott bekleiden mit Bekleidung eines Tyrannes hin zu lesen auf das verhärtende Herzen der Menschen ebenso zu seinem ewigen Rat sind wir sicher nicht die Bedenker von dieser Lehre Nein das stimmt Augustinus war ein Bedenker diese wäre er hat gesagt dass es Gottes direktive Wille ist um verlorene Sünde zu schaffen und sie zu verdammen ja Augustinus hat es bedacht aber es gibt Leute nach ihm die das aufgenommen haben und ich bin Jahre in so ein System gewesen was absolut gefährlich ist weil du hast niemals das Evangelium und sicher nicht wie du das Evangelium Sicherheit des Ewiges Leben haben kannst wenn es sich doch so aufnimmt dann kannst du ruhig sagen dass du Gott bekleidet mit Kleider eines Tyranns und das ist eine harte Aussage aber leider eine Aussage die man so nehmen muss nochmals ich bin 20 Jahre Mitglied gewesen in diesem System habe da Jahre verblieben mit vielen Pastoren geredet und das ist genau was man in Praxis in diesem reformierten System glaubt es ist in Michigan in Grand Rapids in Amerika in USA es ist in Niederlande in Skottland in Genf in Südafrika und die niederländische reformierte Kirche und es kann ein großes Gefahr sein nochmals wenn du darin verstrickt kommen bist komm raus und zähle den Glauben allein an das Blut von dem Herrn Jesus Christus